Hallo, liebe renovierentastischen Mystery Dungeon-Freunde, wir sind dabei zu renovieren. Alter, ich hab ein Heimkino jetzt. Guten Morgen, Johnny. Die Leinwand ist schon aufgebaut. Alter. Das macht euch dieser dämliche Fettsack da hinten. Endlich den Druck ablassen. Genau. Hast du gerade an meiner Häuserwand gepinkelt? Ja, er ist nicht so zusammen. Deswegen wackelt er so, er muss so gepinkeln. Mach es gefälligst wie jedes normale Pokémon und pinkel genau wie ich ins Bett und dann in den Graben. Der guckt sich auf den Briefkasten an. Oh, das ist ein Briefkasten. Er naht Armein und die Basisballtrennung wird. Habt ihr uns eine geschichte Kastanie gebracht? Der Monopolkapital ist betaut und taten. Oh Gott, wir müssen die Kastanien holen. Oh nein, sie streiken. Tumultwald. Wir wollen sie ohne Schale. Geht's auf welche Mitschale? Wir machen das nur mit Morgitilo. Morgitilo! Hey, Jungs. Hey, Ludwig. Ludwig. Morgitilo ist bestimmt auch ein Nussknacker. Ich möchte einen Gummibaum auch. Ja, er kann sich auf jeden Fall nicht die Hände verpieksen, so wie wir. Er hat keine. Ja, aber was hat Hände verpiegst mit Nussknacker zu tun? Oder sind Kastanie sind Nüsse, oder? Naja, ich... Ja, nein, nicht wirklich, aber ein Nussknacker knackt halt schade, ne? Ich habe auch ne pikste Schale von Kastanien, die sind nämlich eher weich. Ja, generell so Kastanien-Schalen, die gehen auch meistens eh kaputt, wenn sie runterfallen. Oh, das erinnert mich an ne Sache, das was mein Cousin damals mir erzählt hat. Und zwar war in der Nähe von dem Haus, wo er da gewohnt hat. Mhm. Da war so ein Kastanienbaum in der Nähe. Und er hatte irgendwie aus so einem Kaugummi-Tomat so einen großen, runden Kaugummi dabei. Dann hat er gesagt, bei diesem Baum, dass das der Kaugummi-Baum ist. Dann haben wir es geglaubt, also meine Schwester und ich, dann sind wir immer wieder zu dem Baum hin und haben gesagt, das ist der Kaugummi-Baum. Da sind manchmal Kaugummi's. Wir haben nie welche gefunden. Aber sie haben von der Größe, er hat dieser Kaugummi perfekt in so eine Kastanienreihe gepasst, war immer der Kaugummi-Baum. Ja. Er hat dabei insgesamt kuriose Geschichten erzählt, zum Beispiel kommt nachts der Hakenmann und tötet uns. Alter. Mit einer Hake? Mir wurde auch mal erzählt, dass immer wenn ich einen weißen Lieferwagen sehe, dass da Kinder in Klauer drin sein könnten. Das entspricht der Wahrheit. Ja. Ja. Aber das habe ich schon mit sechs Jahren oder so von irgendeinem anderen Siebenjährigen gehört. Da sind Kinderklauer drin. Kinderklauer. Der hat bestimmt was gesehen. Ja, das ist ziemlich abgefuckt eigentlich. Pfüllchen. Johnny ist nicht mehr verpflegt. Ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. Genau wie in meiner Jugend. Ja. Du meinst heute? Das war nicht vor Verwirrung, das war vor Trauer. Und Verzweiflung. Und weil meine Eltern mich nicht verstehen. Und Pubertät. Gott, ich werde ja immer noch gerne so einen Kaugummi bauen, bei dem einfach manchmal statt Kastanien Kaugummis runterfallen. Alter, so ein Blutzug ist eine lebende Kastanie. Können wir das nicht einfach ausfleischen? Ist Blutzug wirklich eine Kastanie? Nein. Das ist irgend so ein Floh oder sowas. Ja. Ein Blutsauger. Hm. Hm. Apropos, dass der alte Blutsauger inzwischen bei Pokémon echt stark wurde. Echt? Ja, in der siebten Generation, das ist jetzt ein Angriff, der 80 Schaden macht. Was? Ja, ich war auch erstaunt. Ach du Scheiße. Gar nicht mal so übel. Das heißt, Zubat ist nicht komplett scheiße. Nee, nee, nee. Der hat Absorber immer anfangs. Jetzt. Na. Statt Blutsauger. Ey, die Sache, Johnny. Was du wissen musst, der Blutsauger war damals halt immer ein richtig schlechter Angriff, der 20 Schaden gemacht hat. Also, auch wenn man anfangs vom Spiel ist, immer unglaublich schlecht. So, und dann, mit der siebten Generation, wo es dann geändert hat, dass sie gesagt haben, oh hey, machen wir als Blutsauger einen echt guten Angriff. Und dann war es ein echt guter Angriff. Ich war ziemlich verwirrt, aber ja. Auf einmal war er da und ich dachte mir, das ist interessant. Jetzt einen Kaugubi-Baum hätte, wäre mein Leben komplett. Ich habe keinen. Ich hätte gerne Kaugubi. Ich habe keine Ahnung von sowas. Kaugubi-Bäumen? Hm. Nie gehört, das interessiert mich auch nicht. Es gibt auch Gummi-Bäume. Du kannst mir viel erzählen, das heißt nicht, dass ich glaube, dass sowas existiert. Gummi-Bäume existieren, wirklich. Und warum dann nicht Kaugubi-Bäume? Lebt dein Traum, Mock. Naja, wenn du möchtest, kannst du auf dem Gummi rumkauen, so ist es nicht. Das möchte ich, danke schön. Bitteschön. Der schmeckt aber schön. Das schmeckt aber schön. Schön. Das schmeckt aber schön. Das klingt so dumm. Das klingt halt echt dämlich. Er sagt sowas. Der Typ, der auch Schaumkeks dazu sagt. Schaumkeks. Ja, man kann Schaumküsse sagen, aber... Schaumkeks. Keine Ahnung. Schaumkeks. Das schmeckt aber schön. Obwohl ich mich auch frage, warum das eigentlich Schokokuss oder Schaumkuss oder so heißt. Warum dieses Kuss dabei. Das schmeckt aber glanzvoll. Das habe ich halt nie verstanden. Das schmeckt aber prächtig. Der John übertreibt es gerade ein bisschen. Ein prächtiger Geschmack. Der versucht es gerade ein bisschen zu sehr. Und ich habe in der Werbung nie verstanden, warum die sich die Dinger einfach so an die Stirn geklatscht haben. Ah ja, so eine Werbung. Man hat es euch ja immer nachgemacht. Ich dachte mir, iiii. Ja. Das Moment, da saß ich da und ich dachte mir, iiii. Ja, ich habe das nachgemacht und dann dachte ich mir so, iiii. Muss halt sein, wenn man das macht, das ist halt eine riesige Sauerei und das hat eine sehr feste Konsistenz. Ja. Man fragt sich, was soll denn das? Ja, du kannst es nicht mehr essen. Mann, ist das dämlich. Warum machen die das in der Werbung? Wisst ihr, dass wir in der Werbung immer... Wir reden schon wieder über Werbung. Wisst ihr, was mich werbungstechnisch immer meist genervt hat? Die verdammten Mini-Vini-Kinder. Oh Gott. Sie hatten viel zu viel Spaß mit dieser ranzigen Scheiße aus dem Glas. Ja, vor allem, ich erinnere mich noch an diese Waisenhaus-Werbung. Ich glaube, das war das auch mit denen. Oh, ja, mach dich immer die Waisen lustig weiter. Nein, nein, ich mach mich nicht darüber lustig. Ich hatte aber da halt immer das Gefühl, dass so ein Waisenhaus so der schlimmste Ort aller Zeiten sein muss. Und dann die ganzen Kinder da einfach nur das Ding gekriegt haben. Und dann kamen halt die Würstchen und dann hatten sie Freunde im Leben. Und ich dachte mir so, ja, wenn die dann von kleinen Würstchen Freude im Leben bekommen, wie scheiße muss das dann im Weißenhaus sein? Mini-Mini, ja! Vor allem, das war alles so grau und traurig. Und ich dachte mir so, Alter, die geht jetzt halt echt scheiße. Wisst ihr, was aber auch, ja, ich, keine Ahnung, weil ich die gesehen habe irgendwie. Da wurde mir bewusst, dass das eine ganz schöne, das war eine unangenehme Werbung. Und zwar, diese einen von Gott, Alpha Telefon Münster, schreib dich nicht ab, lerne Lese und Schreiben. Und der eine Typ, der sitzt jetzt in irgendeinem Lager oder so, der irgendwelche Sachen darf, umgebrochen. Der Chef schreibt ihn dann, was ist los mit dir? Bist du bescheuert? Nee, klar, laden. So blöd kann man doch gar nicht sein. Ja, lesen und schreiben. Boah, das ist echt hart. Ja, das war ziemlich hart. Dann meinte auch so, irgendwann der Typ, der ist doch so voll ausgeheißen, bist du eigentlich zu dumm, zum, 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 zum. Und hat dann kein Wort mehr gefunden und dann so, was hältst du denn an? Ich soll mich lesen. Ich halte ihm Augen so, oh shit. Ja, aber immer diese Realisierung dann von den anderen, immer so, oh. Oh, das ist halt so eine reale Realisierung irgendwie. Ja. Ja, aber das hat funktioniert, ne? War eine gute Werbung. Damals, damals als Kind, fand ich es irgendwie seltsam, dass dann so irgendwie ein Erwachsener nicht lesen konnte. Ja, aber das ist ja das, worauf das Problem, das sollte ja darauf hingewiesen werden, dass es, dass es viel, dass man sich nicht so sehr schämen soll und einfach das Problem in die Hand nehmen soll und sich nicht verstecken muss. Ja, als Kind, als Kind habe ich jetzt, äh, nicht sowas gekannt wie, äh, Analphabetismus. Stehe ich mir aber ehrlich gesagt unglaublich schrecklich vor, vor allem im Bewachsenen. Ja. 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 Ja, gut, die Sache ist halt nicht das, ich denke, es ist eher nicht der Fall, dass die Leute komplett nichts lesen können. Es ist halt so, es prägen sich dann eher, ich glaube, es war so, dass sie sich dann eher, äh, quasi wie es aussieht, der Schrift, so sowas ein, äh, sowas macht. Ja, stimmt, als die eigentlich im Buch starten davon. Die wissen dann einzelne Wörter und, ja, es gibt ja auch Leute, die generell, äh, Schwierigkeiten haben einfach zu, also jetzt, die könnten es auch nicht wirklich lernen, weil da einfach bestimmte Synapsen sich irgendwie nicht verknüpfen lassen oder so. Ja, genau. Gut, das ist aber wieder was anderes. Ja, wie heißt das nochmal? Zum Beispiel bei uns, also Leute halt, die ganz normal lesen können, ist es halt einfach so, irgendwann ist es so, dass du nur das, äh, die ersten und den, den ersten und den letzten Buchstaben siehst und dann ungefähr die Länge des Wortes erkennst und dadurch hast du sofort das Buchstaben. Das Wort erkannt, du liest nicht Buchstabe für Buchstabe. Wenn auch ein Dreher oder sowas ist, du erkennst es. Ja, wenn, das erste und das letzte Wort müssen, äh, Buchstaben müssen richtig sein. Ja, genau, der erste und der letzte Buchstabe müssen an der richtigen Stelle sein, der Rest ist egal. Ja, das ist egal. Und, ähm, Leute, die halt zum Beispiel Legasthenie, war doch Legasthenie, war doch Legasthenie, heißt das nicht. Genau, ähm, die das haben, die haben dann teilweise Probleme, so diese Form richtig so zu erkennen, so in einem durch, oder auch generell einzelne Buchstaben, soweit ich das mal verstanden hab. Ich glaub, die, die haben da irgendwie Probleme mit. Kann natürlich vorkommen, ne? Es gibt immer irgendwelche Nachteile in verschiedenen Situationen. Aber es ist halt immer noch was anderes, als wenn man dann zum Beispiel ganz blind ist. Da kann man ja auch nicht lesen. Das ist zwar... Das entspricht der Wahrheit, Johnny. Ja, wobei, das entspricht absolut nicht der Wahrheit. Stimmt, du kannst Blindenschrift lernen. Ja, ja, Blindenschrift, klar. Das heißt, da kannst du sehr gut lesen. Ja. Solche Leute können sich dann ja im heutigen Zeitalter zum Beispiel auf Websites und so sich das auch wenigstens vorlesen lassen von irgendwelchen Maschinen und so. Stell ich mir aber ziemlich bescheuert vor, sowas. Weil wir alle wissen, dass das nicht richtig funktioniert. Hm. Wieso? Was? Inwiefern nicht funktioniert. Ja, sowas mit Vorlesen, wir wissen auch alle, dass die Technik nicht wirklich so funktioniert, wie sie sollte, genauso wie mit dem automatisch übersetzt oder so. Wieso? Der liest das einfach vor. Ja, wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Es wird stellenweise sehr crappy sein. Das kann ich mir... Ja, klar, aber wenn du halt nicht lesen kannst, ne? Ähm, 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 ähm. Wir haben die Kastanie gesammelt. Deswegen machen wir das ja auch immer so super mit dem Vorlesen hier. Da müssen die Leute das nicht selber tun. Äh, habt ihr uns eine geschählte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie, wir wollen eine geschählte. Los, gibt sie her, wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Hart. Alter, macht's richtig hart, Jungs. So, die schält die Kastanie und übergibt sie. Die gucken so lächelnd zu. Ja, eine geschählte Kastanie. Also los, ihr Faulpelze, packen wir's an. Hacken, hacken, hacken. Was, hacken? Hängen? Was steht hier da so dumm rum? Na los, ne, äh, kommt endlich in die Gänge. Boas, wir haben Hunger. Boas, ich kann nicht lesen. Ja, wenn die meisten Halt umdrehen renoviert haben. Wir fragen das Baumattejahr her und holt in das Gebäude um. Da wird mich nicht lange gefackelt oder gefuchtet. Schon wieder. Fucht das? Ja. Angriff aus Pokémon. Ja. Und so. Manky fuchtelt eigentlich ziemlich viel, oder? Ja. Motiviert durch eine weitere geschählte Kastanie sind sie die Manky-Bande. Die Verbührungsarbeit und der Rettert die Bauern. Ja, es ist fort. Wow, eine geschählte Kastanie, ich bin so motiviert. Ist das bescheuert. Die Renovierungsarbeit an der Basis ist fast beendet. Fast. Wir haben keine Lust mehr, wir brauchen eine weitere geschählte. Hä, habt ihr uns eine geschählte Kastanie gebracht? Was, ihr habt keine? Dann können wir nicht weiterarbeiten. Jetzt ernsthaft? Ja. Man muss den drei geben, glaube ich. Was ist das für eine Idee? Das halte ich jetzt auch für bescheuert, dass man so oft in diesen blöden Wald muss. Vor allem, einfach... Er motiviert durch eine weitere Kastanie gingen die Bauarbeiten voran. Was ist das? Wer kennt so bad? Ski und schultern die Schaufel. Oh Mann. Was würdest du hier lieber machen? Schießatteln oder Schaufelschultern? Schaufelschultern. Ich auch. Schießatteln. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, was ist Schaufelschultern. Du bist schon wieder richtig Anti-Fulli, weißt du das? Pass auf, was Schaufelschultern ist. Du blibst in die... Du machst das so wie Cloud aus Final Fantasy 7, okay? Dann schulterst du die Schaufel, verstehst du? Du packst die einfach an deinen Rücken dahin. Ah. Und Schießatteln? Was? Das andere. Ach, Skisatteln? Pass auf, was du natürlich weißt, ist ja natürlich, dass man für... Wenn du mit Skifahren willst, dass du da... Du brauchst da ja... Du kannst ja nicht einfach mit deinen normalen Straßenschulen da drauf holen. Das funktioniert so nicht natürlich. Keine Question. Ah. Und dementsprechend musst du da ja dann... Da hast du so extra Vorrichtungen. Ach, diese Teile da. Wo du mit deinen Skischuhen da ran kannst, ja. Und wenn du dann diese Vorrichtungen an deine Ski ran machst, damit deine Schuhe da drauf gehen, das nennen wir dann das Satteln der Skier. Ich hab keine Ahnung, ob das so ist. Ich wollt's gerade sagen. Das hast du dir ausgedacht. Aber es klang glaubwürdig. Nein, ich mein, da braucht man wirklich so spezielle Schuhe und sowas dafür bei den Skiern. Hab keine Ahnung davon. Keine Ahnung. Ich glaub, es hat auch keine Bedeutung. Es ist einfach nur so ein random Satz auf Spongebiet, der mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Alter, in meiner... Auf meiner fucking Skireise mit der Schule mussten wir am ersten Tag zu so einem... ...so einem Scheiß-Trainingsberg für Vollidioten, die noch nicht Skifahren können. Habt ihr Pizza Pommes gelernt? Was? Ja, genau. Pizza Pommes. Ja, Pizza Pommes haben wir gelernt. Und wir mussten da vom Bus hin laufen mit Skischuhen dran. Also, einfach nur diese fucking Skischuhe, die einfach nicht dafür gemacht sind, da drin zu laufen, sondern einfach nur, um sich auf Skiern festzuklemmen, mussten wir so einen mega langen geteerten Weg im Berg rauflaufen. Was sollte das? Zu dem Ort gab's keinen Lift. Jetzt schon ja, traumatische Erinnerungen da. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr läuft mindestens eine halbe Stunde mit sowas ähnlichem wie Inlinern ohne Rollen. Ihr knickt fast die ganze Zeit um. Und es ist einfach schwer und scheiße und ihr habt das Gefühl, ihr macht die Schuhe kaputt, weil die nicht dafür da sind. Nicht die Schuhe! Pulli, du warst noch nicht Skifahren, kann das sein? Nö. Wenn du wüsstest, wie sich diese Schuhe anfühlen, würdest du sagen, Alter, was, ihr musstet damit laufen? Na, ich hab halt keine Ahnung. Sag's trotzdem. Mir ist auch sehr lange her, tatsächlich. Aber die Art von Skifahren, die wir damals betrieben haben, war auch die langwägigste Scheiße, die man machen kann. Okay. Und zwar, wenn wir mit den Skiern, äh, Langlauf-Ski waren das. Das heißt, man fährt nicht mal einen Berg runter oder so, so einfach nur über die Gerade. Oh nein! Das war so lange, ich dachte mir, warum können wir nicht einfach einen Berg runter? Das hat mit dem auch nicht richtig funktioniert, weil die hat so ein bisschen Profil und dann, damit ihr nicht einfach so wegrutscht. Oh Mann! Das war eine Sache, die eventuell Spaß machen könnte und dann können wir den Spaß da nicht noch ein bisschen rausnehmen. Das war auch bei den Zinsen, wo alle so Ski gefahren sind und Lisa halt irgendwie gesagt hat, ja, ich mach jetzt Langlauf-Ski. Ja, genau sowas! Oh Gott! Und dann war es so das langweiligste überhaupt. Ja, genau das! Selbst Lisa fand's Scheiße! Boah, wie ist denn das ein Sturm? Mh, gute Frage, wer hat den gemacht? Johnny? Fuck, den Langlauf-Ski. Ey, ein Blutzuck. Das haben wir hier noch nie gesehen. Ich glaube, es hat einen ziemlich hohen Blutzuckerspiegel. Oh Gott, er hat ihn gebracht. Ich hab den schon die ganze Zeit im Hinterkopf und denk mir so, nein, du sagst das jetzt nicht. Nein, Fully, du sagst das nicht. Ey, du musst das Comedy-Gold raushauen, wenn es noch frisch ist. Mhm. Aber der ist halt richtig scheiße. Frisch und flüssig. Mhm. Ähnlich wie auf dem Klo. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich auch. Verstehst du nicht. Was meint der? Also wenn man beim Schmied Metall schmilzt, wird es flüssig. Und dann ist es noch ganz roh und unverarbeitet und das ist der beste Zustand, um das Comedy-Gold rauszuhauen. Aber ich würde sagen, wenn man auf dem Klo ist, dann das, was lustig rauskommt, ist alles andere unverarbeitet. Mhm. Es wird sogar ziemlich sehr verarbeitet, um überhaupt in diesen Zustand zu kommen. Mhm. Es wird sogar geformt. Mhm. Wie Knete. Nur solltest du damit nicht spielen. Ach, oh nee. Sonst wahrscheinlich krank wirst. Oh Mann. Ja, oder nicht? Keine Ahnung. Mhm, doch. Mhm, Kacke ist nicht so gesund. Ich hab's nicht ausprobiert. Das war nämlich immer ziemlich Kacke. Mhm. Dazu sag ich mal nix. Oh Gott, wie, wie... Domian heißt der, oder? Domian? Der Talkshow-Typ da. Ah ja, irgendwie so. Genau, von dem gibt's auch auf YouTube so ne Folge von einer, die dann erzählt, wie es ist mit... Menschen, die es gerne mögen, mit Fäkalien, ähm, sich darin, äh, damit was machen zu können. Ähm, da hat sie erzählt, dass sie dafür immer gewisse Dinge essen muss und sowas, so ganz viele Trockenfrüchte und sowas, dass man da nicht alles machen kann, weil es sonst scheinbar super stinkig wird und so. Da dachte ich mir, das ist ziemlich widerlich und, äh, interessant. Was soll das? Ich versteh's nicht. Der Top-Kommentar war irgendwas von wegen, äh, die... Klingt ziemlich scheiße. ...die richtige Wurstfabrik und dachte ich mir, hä, ja. Wow. Das war die Geschichte dazu. Nice. Gute Geschichte. Das erinnert mich aber auch noch an ne andere Sache, an Play-Doh. Hm, was ist damit? Fand ich damals immer scheiße. Wisst ihr, warum ich scheiße fand? Ich auch. Ich hab nicht bei mir aus irgendeinem Grund... Ich hab immer... Keine Ahnung, was ich gemacht hab. An mir waren alle Farben immer zusammen. Hier war nur noch eine, so ne... Ja. ...ducken-grün-blaue Pampel. Ich dachte mir, das ist nicht cool. Ja, und das war immer so hart aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich's falsch gelagert hab oder... Man musste wahrscheinlich die Deckel zumachen und das hab ich nicht oder so. Stimmt, das ist wahrscheinlich ausgetrocknet. Das ist mir nie passiert, weil... Klar, das ist ausgetrocknet. Ich durfte weder die Dinger mischen... Und ich hab halt Ärger gekriegt, wenn ich die Deckel offen gelassen hab. Dementsprechend waren die Dinger immer ziemlich in einem guten Zustand. Ja, das eliminiert natürlich... Und sie waren nie vermischt. Und ich konnte sie lange, lange Zeit benutzen. Eliminiert ziemlich genau alle Probleme, die Mogi und ich damit hatten. Ja, genau. Ich hab aber auch immer so selbstgemachte Knete von meiner Mutter bekommen, weil die ist halt... Ja, ich auch. So, 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 so einen Salzteig hat die irgendwie gemacht. Ja, genau. Immer so einen Salzteig. Und der roch immer ziemlich eklig, wenn sie den gekocht hatten. Das mochte ich überhaupt nicht. Ja, nur wenn er gekocht war. Wenn er fertig war, dann nicht. Ja, wenn er fertig war, war's egal. Aber dann immer, wenn sie den gekocht hat, das war echt ekelhaft. Fucking Salzteig. Hm. So, Salze. Ich glaub, es hat mir mal in der Schule irgendwo in irgendeinem Handwerkunterricht oder so auch mal sowas gemacht. Alter. So, man wisst ja, was auch eine Sache war, die mich auch immer beim Thema sind. Eine Sache, die mir nie gefallen hat und die mir bis heute noch wirklich ein Rätsel ist. Was ist eigentlich der Sinn hinter fucking Wachsmalkreiden? Gute Frage. Ich will mal drüber reden, dass die wie normale Stifte sind, doch scheiße. Ja, stimmt. Was soll das denn? Warte mal, Wachsmalkreide war, glaub ich, sogar das hochwertigere. Du meinst die normalen Wachsmalkreide, ne? Ja, meine ich. Ja, genau. Wachsmalkreide war ja das hochwertigere. Die Wachsmalkreide sind ja der Schwachsinn, die nicht vernünftig zeichnen, die super seltsam sind, wo man manchmal richtig fest aufdrücken muss und die einfach nur komplett kacke sind. Ja, aber was ist der Sinn hinter denen überhaupt? Was sagt der lange Stift zum kurzen Stift? Weiß nicht. Wachs mal Stift. Können wir Johnny rauswerfen? Ich bin dafür. Okay. Na los, trau dich. Kann ich machen? Molli, mach. Ja, kann ich machen. Mach! Kann ich's tun? Mach! Aber die lass ich ihr gar nichts sagen. Er traut sich nicht! Traut sich doch nicht, er ist ne Bitch. Oh kleine Eier. Na ja. User was moved out of your channel. Protze. User joined your channel. Das war kein Kick. Geht's dir gerade darum, das Video zu ruinieren vor die facialen, kann ich dich beruhigen, denn das hast du geschafft. User was kicked out of your channel. So kickt man. Wieso join your channel? Was sollte das? So geht das. So geht das. Das ist ja von Statusproblemen. Er hat schon nicht gerade irgendwas Neues gelernt gehabt. Ich lerne jeden Tag was Neues. Ich bin Student. Er ist ja Student. Ich bin Student. Student. Was studierst du denn, du Student? Ja, ich frag ihn auch jeden Tag. Keine Ahnung, aber ich esse gar Studentenfutter. Mh, Nüsse und Rosinen. Aber das Beste sind die Cashew. Das sieht, wenn es rauskommt, genauso aus wie da, als es reinkam. Keine Ahnung. Studenten hab ich recht. Alter, es gibt nen Typen, der hat mal, um das zu testen, nichts als Wasser getrunken und Mais gegessen, ohne es zu kauen. Einfach Mais aus der Dose so geschluckt. Und im Endeffekt, nach zwei Tagen oder so, hat er einfach purem Mais gekackt. Ohne alles. Er guckt in die Schüssel und es sieht aus wie vorher. Aber ich verstehe nicht, wie es überhaupt geht. Er kann doch nicht einfach dann... Dann hat doch sein Körper keinen Nährstoffe zusammeln. Ja, er hat doch sehr wenig Energie. Und dann hat er gesagt, ja, das Experiment ist jetzt vorbei und ich geh jetzt erstmal was essen. Ich geh mich jetzt erstmal aufpäppeln. Es war halt schon ziemlich, ja, nicht gesund. Okay, wisst ihr, was auch nicht gesund ist, liebe Leute? Die Wartezeit bis zum nächsten Part. Uh, in welchem wir dann sehen werden, wie unsere fertig neu eingerichtete Basis aussehen wird. Ja. Yeah. Oh mein Gott, das wird zu aufregend. Nein. Bis zum nächsten Mal, vielleicht können wir noch ein bisschen über Kacke reden. Gute Nacht. Mais. Tschüss. Ich hoffe ihr übersteht die Zeit bis morgen. Ich nicht. Jetzt ist er auch noch nicht auf Need, ohne strikt. Und dann könnte sich alles gut finden. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020